WUH! Crisp, cleanlock boys! Hey, ist clean! Brauch ich mir gar nicht weiter... Guck! Jungs, hab ich euch easy gemacht. Hab zwar mit Absicht erst mal vier Jahre daneben gezielt, aber ich wollte gucken, ob ihr's merkt. Oh nein, Scum braucht ein Update. Bitte nichts Großes. Sonst mach ich groß. Oh, da ne Schlange! Ich hab mir ne Schlange gehabt. Kann ich die, kann ich die dann, ähm... Kann ich die Fisten, die Schlange? Einer, neiner, 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 neiner. Kacke, bitch! Hilfe! Was ist dein Problem, man? Alter, bist du grad hier drüber gegangen? Jo. Äh! Sehr, sehr, sehr viel später. Ah, jetzt, 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 jetzt. Hippylein. Wir haben sogar GTA gespielt, ohne dich. Wie nackt Fahrrad fahren, ohne Sattel. Okay, gut, ich treffe heute nichts mehr. Oh Gott, ich bin gleich gebannt. Musik Oh Gott, ich bin gleich gebannt. Ich bin gleich gebannt. Ich lege keinen Wert auf Flaggen, ich lege keinen Wert auf Länder, ich lege ausschließlich Wert auf Reifen. 66 in 3. Keine Ahnung, er hat 4 Helmaufgaben. Wir haben noch den ersten Frack da super gemacht. Alter, what? Mach weiter, mach euch weiter. Und geschafft, aber... Fuck, der ist vor mir mit der Waffe, what the fuck? Nein, 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 ich sterb, scheiße. Der Sanse macht jetzt easy, das Ultraspiel. Passt auf, passt auf. Ja, ja, man sieht das dann. Da bin ich gefickt, Alter, instant. Hey, what happened? Kann man sie hören? Also, das war ein Asmr. Wenn du jetzt nur einmal schießt und den Headshots gibst und den einmal killst, 10 Euro dann schießt. Idris, pass auf, 3, 2... Also, wisst ihr, wisst ihr, was ich hatte? Warte mal kurz. Wir haben da kapiert. Schritt 1, Switch anfangen. Schritt 2, saugeiles Knife. Easy, oder? An sich ist es ja eigentlich recht einfach. Ich geh ran an den. Ist weg. Da ist noch einer. Der hat da noch irgendwas gehabt. Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab ihn echt nicht erwartet. Ich bin so behindert. Ich bin sorry. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Hat der mich erschreckt. Ich hab überhaupt nicht mit ihm da gerechnet. Obwohl ich genau in die Richtung geglotzt hab. Oh! Das war legit. Ist er da? Oh ja. Ich hab eine Idee. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ist jemand hier? Surprise, motherfucker! Was? Was? Kotnascher. Auch nicht. Hoffen wir. Nee, Kotnascher. Da kann ich jetzt nicht zwingend nein sagen. Denn ein wenig Eigencode zu Wein und Brot ist lecker. Aber das Brot muss frisch sein wie vom Bäcker. Bald ist sie da unsere Marie an kleiner dann 3 sterretje PS. Warum sagt denn keiner, dass ich kein Abo zeichen? H A B. Kleiner dann 3. Kleiner dann 3. Kleiner dann 3. Kleiner dann 3. Manchmal hat die einfacher Schlaganfall. Ja, der ist da. Der ist direkt da drauf. No risk, no fun. Damn, son. Oh, hinter mir. Under pressure. What is he doing? He's beginning to believe. So, mach euch rein, Jungs. Keine Sorge. Wir werden verteidigen müssen. Wow. Nice. Hey. No. 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 No.